Ich hab mich Hunger, Alter. Junge Ey Basti Ey Basti du musst dir mal den Punch Monster kaufen, Pipeline, der ist so geil Ich hab den zwar noch nicht getrunken, aber ich trink den jetzt und das Oh mein Gott, das ist sehr gut Fuck Ich bin auch mehr so der TDM Typ Okay, wir beginnen Ey Basti, kauft dir den mal, Pipeline, Monster Das, boah Der schmeckt richtig gut, der schmeckt so nach, ähm, ähm, nach was schmeckt der eigentlich Maracuja, Orange, Guava ist da drin, richtig geil Also sagen wir so, der schmeckt nach Inseln Ja, danke Basti, danke Ja, ich mach Shidori, alter Nein Ey, die Gegner sind Hilfe Ja, ich brauche Ja, ich muss auch zurück, wow, wow, ich lauf an der Wand, alter, ey, kann mich jemand teilen, ich bin fast tot Ey, was sind diese Schriftrollen, ich sammle die jetzt ein, einfach, ich hab ne Schriftrolle, ich hab ne Schriftrolle für euch Boah 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 Nice, nice, alter, nice, Junge, so ein Schutzschild, so ein Bastard, Junge, den killen war Ja, ja, man Danke, Basti Wie viel Schriftrollen braucht man, um so ein Viech zu rufen Ja Ja Hä, wir haben gewonnen Ich komm gar nicht dazu, irgendwas zu essen, weil es so alles Digga Ich bin immer dritter Ja Ich bin gespannt, wie die Endversion und die Story das Spiel wird Alter, aber ich hab voll den Fresslisch, Junge Ja Ich weiß noch immer nicht, wie ich spielen soll Sag mal, Basti kann mich, sag mal, Basti kann mich entstummen, wenn die Runde anfängt, weil ich da in die ersten Geh Mh Je Je Basti soll mich entsturmen, weil ich in der Runde nie esse. Ja klar, aber in der Runde esse ich nie, weil sonst kann ich ja nicht zocken. Logisch, ne? Nein. Ist euer Main-Charakter außerdem auch so beweglich wie meiner? Meiner macht voll die krassen Kombos. Voll schnell und so. Ich habe nämlich das vierte gewählt. Nein, Lea! Lea! Ja, ich habe... Danke Basti, danke. Danke. Digger! Chill und... Letz... Nein, 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 der Kette auf! Fuck, Junge, alles ist auf mich gegangen. Fuck. Boah, ich liebe diesen Pipeline-Monster, Junge. Boah. Boah. Nein! Choo-Gi! Verpiss dich! Feuerball Jutsu! Nice, 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 alter, Junge! Chill um! Ja, 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 ja! Ey, lass, ja, 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 nehm, nimm die Rolle! Die ist noch nicht gespawnt! Die spawnt jetzt! Guck! bittemann kein ding das spiel erinnert mich am final fantasy dies die cd an dingen nur irgendwie als naruto ich werde mir das die cd ding auf jeden fall kaufen ins billig ist oh mein gott junge ich schwitze so hart gerade was die schütze so junge ja man nice chillum alter wir schon wieder gewonnen wie geil alter z 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 Amen. 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 Ey Boss, ich fühle mich gerade so als wäre ich an einem Strand. Ja, dafür bin ich auch, aber guck mal, ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, wegen den Schriftrollen, glaube. Ich weiß nicht, was man drücken muss. Okay. Boah, ich hasse das Chip zu essen und zu zocken, ey. Du musst immer seine Hände irgendwie probieren, sauber zu machen, bevor man die Controller anpackt. Und so. Ey, dieses Spiel erinnert mich so krass an Dissidia Final Fantasy. Und Spaß. Ja, also Dissidia würde ich mir jetzt lieber kaufen, weil es wahrscheinlich nur 20 Euro kostet. Also. Ich, also ich meine, ich habe keinen Bock 70 Euro für dieses Spiel auszugeben, du. Weil das Spiel fühlt sich nicht an wie ein 70 Euro Spiel, finde ich. so. Also. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Apropos, ich mache gerade ja den Dragon Ball, Alter. Ich bin heute wieder weitergekommen. Ja, ich muss mich. Ja, ich bin. Ich bin down, sorry. Ja. Sorry, ich kann nicht mit Heiler umgehen, ey. Muss ich in der Nähe sein dafür, dass ich heile? Okay. Ich würde. Fuck. ja man ja zum glück weiß jetzt auch wie es mit den schuriken ist so ich wusste das ja freundlich junge kakao schiebt alter der macht doppelt alter was passiert weil ich finde sakura geht viel zu schnell drauf nein wir sind gleich tot ja ich hab kein let's go ich war etwas war das hey sakura du bist so hier habe ich bemerkt wir haben eh verloren alter wenn wir das noch schaffen ich war ich fick mein leben bitte stirbt nicht nein ja wie geht nein wir haben verloren aber egal scheiß drauf es war knapp ja ich habe keinen plan wie man ja das macht aber so komm mal so scheiße war ich nicht als heiler bin ich tritt das zeit besser ja ja aber ich ich habe ja und ich habe zum ersten mal gezockt gerade teiler ich hatte keinen plan auf was mich einlässt was macht die ulti die halte auch oder was ja mann sorry man es tut mir ja ich weiß ja ich weiß es jetzt selber nicht so aber ich benutze jetzt erstmal kein healer mehr weil ich abgefuckt bin das heißt ja aber ich nehme die Augen, die walle gesehen werden einfach mal ja ja jetzt hat sie ein anderes bei ja ja reais jetzt hat die ein anderes ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Fuck, ich hab mich selbst. Vielleicht kannst du es nicht einstellen, man. Guck mal, ob du es einstellen kannst. Ey, aufpassen. Ich probiere es zu verteidigen. Nein, ich mein, ich hab so ne Kuppel, so meinte ich das. Ich bin Yamato. Ey, Yamato. Fuck. Leute, kommt zu meiner Kuppel. Nice, nice, nice. Wasserverstück. Kunst der heulenden Löwen. Fuck, wir kassieren grad voll. Okay. Okay. Das war's. Das war's für heute. Der Yamato ist aber auch krass. Ich weiß ja nicht, was mein Ulti gemacht hat gerade. Ja, wegen Yamato, ich glaube wegen seiner Ulti vorhin. Nein, ich habe mich eingeschlossen. Ja, Mann. Junge, krass. Das ist Comeback, Junge. Hi. Ja, aufpassen. Ich habe ihn gefangen. Nein. Fuck. Ja, ist ja nicht so schlimm, aber geil, Mann. Geh, Geh. Geh, Geh, Geh. Geh, Geh, Geh. Geh, Geh, Geh. Geh, 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 Geh. Geh, 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 Geh. Geh, Geh, Geh. Geh, Geh, Geh. Geh, 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 Geh. Geh, Geh, Geh. Geh, 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 Geh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Chillig, vollgefressen, ey. Doch hat er, ich finde die voll geil. Ich will aber... Ja. Ich will aber unbedingt fucking Dings haben. Alter. Ja. 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 Die hacken doch! Junge, die hacken! Ja, was für'n Trick! Erklär! Hau raus! What the fuck? Okay. Ja, das ist richtig. Hä? Als ob man durch die Luftboxen das aufladen kann. Hä? Basti, das bringt nichts. Ja, in die Luftboxen. Ja, das ist richtig cool und so. Wahrscheinlich machen die's immer am Anfang. Ja. Chillum. Oder trinke einfach... Nein! Junge, die Leute sind... Das sind die krassesten Spieler, die ich kenne. Ja, Junge, ich bin... Ich bin kampfunfähig. ...kampfundfähig. ... ... ja guck mal für uns dann kannst du ja meine community erzählen alter so im nächsten video